hallo und willkommen zu meinem neuen video in diesem video möchte ich euch vor einer neuen masche warnen und zwar vor einer neuen masche die sich auch gezielt gegen youtuber richtet ihr als youtuber betreibt einen youtube-kanal und habt in der regel in diesem kanal natürlich auch ein impressum angegeben in diesem impressum habt ihr in der regel auch eine e mail adresse hinterlegt und der angriff zielt gezielt auf diese e mail adresse an diese e mail adresse wird einfach eine e mail versandt ich zeige euch hier mal beispielhaft eine e mail wie ich sie ständig bekomme und in dieser e mail werdet ihr animiert unten diesen link anzuklicken diese e mail ist wie gesagt nur ein beispiel ich habe auch schon andere e-mails bekommen hier wird euch vorgegaukelt dass eventuell euer kanal gehackt wurde oder ihr einen strike bekommen habt oder dergleichen und ihr werdet aufgefordert unten diesen link anzuklicken wenn ihr diesen link anklickt kommt ihr auf folgende seite diese seite dürfte uns bekannt vorkommen diese sieht fast so aus wie unsere google anmelde seite oder youtube anmelde seite ich blende euch hier einfach mal die original seite ein das ist die original seite und das hier ist die fälschung solltet ihr nun aus versehen doch wirklich auf diese fälschung hereingefallen sein und habt hier nun eure nutzerdaten eingegeben und habt euch versucht anzumelden hat nun leider der angreifer kontrolle über euren kanal wenn ihr die kontrolle über euren kanal wieder erlangen wollt folgt ihr bitte dem link unten in der video beschreibung dann landet ihr hier und habt hier die möglichkeit wieder die kontrolle über euren kanal zurück zu erlangen allerdings habt ihr auch die möglichkeit im vorfeld euch zu schützen und zwar mit der zwei wege identifikation von google diese gibt es schon länger ich habe auch schon mal ein video dazu gemacht wie ihr sie nutzen könnt das video findet ihr auch unten in der video beschreibung hier habt ihr die möglichkeit einen zweiten weg der identifikation festzulegen euch steht zur auswahl die identifikation über sms oder über die identifikator app von google oder als dritte möglichkeit gibt es noch einen sicherheitsschlüssel dieser funktioniert allerdings nur an desktop pcs im chrome browser habt ihr euch nun hier für eine variante gewählt könnt ihr diese variante in google fest speichern und somit muss jedes mal wenn sich jemand auf euren account anmeldet sich mit zwei schritten identifizieren das heißt er muss euren benutzernamen eure e mail adresse euer passwort haben und den zweiten schritt besitzen das heißt google sendet euch eine sms oder ihr müsst euch über die google identifikator app identifizieren oder wie gesagt ihr benutzt euren sicherheitsschlüssel so gesichert hat natürlich nun kein angreifer mehr eine chance euren kanal zu hacken oder zu übernehmen so damit komme ich dann auch zum ende meines videos hat euch mein video in irgendeiner form gefallen oder weitergeholfen würde ich euch um einen daumen hoch bitten wollt ihr noch mehr meiner video schauen kein problem abonniert einfach hier meinen kanal auf youtube denn das abonnieren ist natürlich kostenlos wenn ihr an noch mehr youtube hilfe videos interessiert zeit besucht doch einfach unsere youtube help heroes playlist dort laden wir auch regelmäßig interessanten content zum thema youtube und youtube hilfe hoch ich sage damit tschüss bis zum nächsten mal euer mark auf youtube